Die Amerikaner haben dann viele Dummheiten begangen, in der Art und Weise, wie sie im Irak aufgetreten sind. Die größte Dummheit, die sie begangen haben, war, die irakische Armee, die Geheimdienste und die Ba'ath-Partei, die Wiedergeburtspartei von Saddam Hussein zu verbieten. Dadurch wurden quasi über Nacht Hunderttausende arbeitslos und die meisten dieser Arbeitslosen wussten, mit Waffen umzugehen. Der Irak ist ein Land, wie viele Staaten im Nahen Osten, die völlig anders aufgestellt sind als die Staaten bei uns in Europa. Es sind Staaten, in denen es keine bürgerlichen Mittelschichten so stark gibt wie hier in Europa. Im Irak gab es, aber die wurden komplett vernichtet durch diese Wirtschaftssanktionen. Wenn aber ein Staat völlig zusammenbricht und es keine Ordnung mehr gibt und die Leute versuchen müssen zu überleben, was macht man in so einer Situation? Dann ist Individualität nicht mehr gefragt, sondern braucht man eine Gruppe, ein Kollektiv, eine Solidargemeinschaft, die hilft zu überleben. Und das ist im Kontext einer östlichen Gesellschaften zunächst einmal der Clan, also die erweiterte Großfamilie, dann der Stamm, zu dem man gehört, die religiöse Gruppierung und die Ethnie, die Volksgruppe. Im Irak also die Frage, bin ich Kurde oder bin ich Araber, ethnische Zugehörigkeit. Oder die religiöse Frage, bin ich Sunnit oder bin ich Schiit. Bis zum Sturz von Saddam Hussein war die Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist, im Irak eigentlich zweitrangig. Im Alltag spielte das kaum eine Rolle und es gab viele Misch-Ehen. Bagdad war eine gemischte Stadt. Viele Misch-Ehen, hier lebten Schiiten, da sind Sunniten in derselben Straße, alles kein Problem. Allerdings hatten die Sunniten immer die Macht ausgeübt im Irak seit osmanischer Zeit, obwohl sie nur 20% der Bevölkerung stellen. Die Bevölkerungsmehrheit liegt auf Seiten der Schiiten. Und nun kam es also zum Sturz von Saddam Hussein zu demokratischen Wahlen. Im Westen glaubt man, wenn man formelle Wahlen abhält und man hat dann einen Wahlsieger, dann ist sozusagen alles wie im Westen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben stattdessen eine Situation gehabt, wo die Schiiten auf einmal an der Macht waren. Ist ja logisch, in Schiiten wählten schiitische Partei, Sunniten eine sunnitische Partei, in Kurde eine kurdische Partei und so weiter. Also hatten die Schiiten die Macht, das haben die getan, erst einmal Rache geübt für Jahrhunderte der Unterdrückung. Das Erdöl im Irak befindet sich im Norden bei den Kurden und bei den Schiiten im Süden. Die Sunniten im Zentrum gehen leer aus, da ist kein Öl, dummerweise. Sie brauchen also Geld aus Bagdad und der wichtigste Arbeitgeber im Irak ist der Staat. Und die Schiiten sagen, also sie arbeiten viel mit ihrem Mittelfinger, der irgendwie so nach außen sich drängt gegenüber den Sunniten. Die Botschaft war, ihr habt nichts mehr von uns zu erwarten. Die Schiiten haben alles getan, die schiitischen Politiker, um die Sunniten zu marginalisieren. Das Ergebnis war, dass die sunnitischen Stämme den Aufstand gewagt haben gegen die schiitische Zentralregierung und gegen die amerikanischen Besatzer, um ihren Machtverlust auszugleichen. Eine der Gruppen, die damals den Aufstand machten, war Al-Qaida. Aber das war eben nur eine von vielen. Es war im Grunde genommen eine Volkserhebung der Sunniten, kann man sagen. Die Amerikaner haben es aber immer so dargestellt, als würden sie Al-Qaida bekämpfen im Irak. In Wirklichkeit haben sie die Aufstandsbewegung der Sunniten bekämpft, die entstanden ist als Reaktion auf die blödsinnige Entscheidung der amerikanischen Regierung, namentlich des damaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz, die irakische Armee aufzulösen. Al-Qaida im Irak hat sich dann sehr schnell überlebt, vor allem deswegen, weil Al-Qaida im Irak mehr so diese internationalistische Agenda hatte, nach dem Motto, wir wollen ein zweites 9-11. Aber die Iraker, die Sunniten im Irak, wollten das nicht. Das hat die nicht interessiert. Denen ging es um Bagdad. Und da ist eine neue Bewegung entstanden, nachdem Saqawi, der Führer von Al-Qaida im Irak, 2006 von den Amerikanern getötet worden war. Und diese neue Bewegung nannte sich dann recht bald Islamischer Staat im Irak. Und dieser islamische Staat, der verschiedene Führer hatte, bis dann Kalif Ibrahim 2008 anfing, die Führung zu übernehmen, war zunächst eine inner-irakische Veranstaltung, gut vernetzt in den dortigen Stämmen. Und wahrscheinlich wäre aus diesem islamischen Staat im Irak eine lokale Aufstandsbewegung geblieben, wäre nicht ein zweiter Konflikt hinzugekommen, der das Ganze nochmal explosiv hochgejazzt hat, nämlich der Krieg in Syrien. Der Krieg in Syrien war zunächst einer, der erwuchs aus einer Aufstandsbewegung gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und aus dieser Aufstandsbewegung wurde dann sehr schnell ein Stellvertreterkrieg. Ein Bürgerkrieg zunächst einmal und dann ein Stellvertreterkrieg. Die Frage, welche religiöse Gruppe, welche ethnische Gruppierung, ist sehr, sehr wesentlich. Im Nahen Osten, vor allem dann, wenn Staaten zerfallen. Ich muss noch nachtragen, dass im Zuge der gewalttätigen Auseinandersetzung im Irak Bagdad eine geteilte Stadt wurde. Sunniten mussten von Schiiten dominierte Viertel verlassen und umgekehrt. Weil wer als Sunnit in eine schiitische Straßensperre gerät, der überlebt nicht und umgekehrt. Also wurden Familien getrennt, Stadtviertel getrennt, überall sind Mauern in Bagdad und kein Sunnit würde so tollkühn sein, in ein schiitisches Viertel zu gehen oder umgekehrt. Sie haben verfolgt, es gab jetzt eine Offensive der irakischen Armee gegen die Stadt Tikrit. Die Heimatstadt von Sanem Hussein, eine Hochburg der Sunniten. Diese Offensive ist jetzt abgebrochen worden. Warum? Ist doch ganz klar. Hochburg der Sunniten, die irakische Armee greift an. Die irakische Armee, wer ist das? Das sind Schiiten. Und nicht nur die irakische Armee hat gekämpft, sondern auch schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt und bewaffnet werden. Ja, die Sunniten denken doch nicht daran, sich von denen befreien zu lassen. Wenn die die Alternative haben, islamischer Staat oder schiitische Miliz, wählen die den islamischen Staat. Da geht es nicht um Ideologie, sondern ums Überleben. Denn eine schiitische Miliz, die Tikrit erobert, die Heimatstadt von Saddam Hussein, der so viel Unheil gebracht hat über die Schiiten, das überlebt man im Zweifel nicht. Die Menschen dort unter solchen Bedingungen, wenn ein Staat zertrümmert ist, denken nicht in irgendwelchen hehren Sphären, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Sie sind vielleicht Stammesvorsteher eines Dorfes und die Amerikaner kommen zu ihnen und sagen, hey Bruder, wir brauchen dich, du kriegst Waffen, du kriegst Geld, du kämpfst gegen Al-Qaida oder gegen den islamischen Staat. Dann sage ich als Stammesführer natürlich, klar, logisch, mache ich. Ich lege mich doch nicht mit den Amerikanern an. Ich weiß allerdings auch, wenn ich nicht ganz blöd bin, dass sie das ja nicht tun, weil ich so ein toller Typ bin, sondern sie brauchen mich als jemanden, der für sie kämpft. Wenn zwei Monate später die Frontlinien sich verschoben haben und auf einmal kommen irgendwelche Kämpfer von dem islamischen Staat und sagen mir, hör zu Dorf Schulze, entweder du kommst zu unserer Seite und kämpfst auf unserer Seite mit gegen die Amerikaner oder wir machen ein Dorf platt. Ja, ist doch klar, was die betreffende Person dann tut. So können sich also Allianzen ändern, von einem Tag auf den anderen. Und das hat nichts zu tun mit Ideologie oder sonst wie, sondern es geht einfach nur ums Überleben. Und das ist ja auch ein sehr starkes Motiv. Das muss man wissen, um zu erkennen, warum es eine Unterscheidung in Gut und Böse in solchen Konflikten, wo alles zertrümmert ist, nicht geben kann. Im Syrien gibt es eine Bevölkerungsmehrheit der Sunniten, also anders als im Irak. Dort haben die Schiiten die Mehrheit. In Syrien haben die Sunniten die Mehrheit. Aber wer hat die Macht? Die Alawiten. Eine religiöse Minderheit, die vielleicht 15 Prozent des Landes ausmacht, gilt gemeinhin als schiitische Sekte. Sie haben die Macht und, die waren aber nicht doof, die Leute um Hafiz al-Assad, dem Vater des jetzigen Diktators Bashar al-Assad, wenn ich als eine kleine Minderheit die Macht ausübe in einem ganzen Land, brauche ich Bündnispartner. Was hat also Bashar al-Assad gemacht? Und Hafiz al-Assad, sein Vater, Sie haben der sunnitischen Mittelschicht, den Händlern und Handwerkern in der Hauptstadt Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole Aleppo signalisiert, hört zu, Leute, ihr könnt Geld verdienen, so viel ihr wollt, interessiert uns überhaupt gar nicht, könnt ihr alles machen, aber stellt nicht die Machtfrage. Die Macht haben wir, aber wir lassen euch Geld verdienen, so viel ihr wollt. Dieselbe Botschaft haben die Alawiten gerichtet an die anderen religiösen Minderheiten, vor allem die Christen und die Drusen. Betet an, wen immer ihr anbeten wollt, unseren Segen habt ihr, wir werden nicht versuchen, euch zu missionieren, interessiert uns nicht im Geringsten, lebt euer Leben, stellt aber nicht die Machtfrage. Und dieser Deal hat eigentlich über Jahrzehnte funktioniert. Dann kam es zum Aufstand in Syrien. Wer hat diesen Aufstand getragen? Vor allem verarmte sunnitische Schichten aus den Vororten der Großstädte und aus den ländlichen Gebieten. Vielfach mussten die Bauern ihre Heimat verlassen, aufgrund von Dürre und anderen Katastrophen. Es war die sunnitische Unterschicht, die ärmeren Sunniten diesen Aufstand gemacht haben. Aber anders als in Ägypten beispielsweise, wo wirklich fast das gesamte Volk gegen Mubarak aufgestanden ist, waren es in Syrien nie mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die gegen Bashar al-Assad aufgestanden ist. In den westlichen Staaten hat man sich gesagt, wunderbar, Aufstand, prima, finden wir toll, weg mit Bashar al-Assad. Warum? Nicht, weil er ein Diktator wäre. Das interessiert nicht. Sondern Syrien ist der engste Verbündete des Iran, in der arabischen Welt. Und über Syrien erfolgt der Waffennachschub für die Hezbollah, die Partei Gottes, eine Schiiten-Miliz im Libanon. Sie sehen, alles hängt mit allem zusammen. Das Kalkül des Westens, konkret der USA, mit ihnen der Europäer, der Türkei und der Golfstaaten war, prima, wir stürzen Bashar al-Assad, setzen ein sunnitisches Regime ein. Und was passiert? Die privilegierten Beziehungen mit Teheran sind beendet. Hezbollah kriegt keinen Waffennachschub mehr aus dem Iran. Iran, Ende zu Ende gut, alles gut. Aber es kam anders, weil die Aufstandsbewegung zu schwach war, Bashar al-Assad zu stürzen. Und weil der Iran, Russland und China an Bashar al-Assad festhalten. Warum? Weil sie nicht wollen, dass der Westen sich ein weiteres Land unter dem Nagel reißt, nach den Ereignissen in Libyen. Auf die ganzen Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen. Das können Sie alles in meinem Buch nachlesen. Es ist wirklich, wirklich, es greift so ineinander. Diese ganzen Konflikte, es ist, es ließ sich wirklich wie ein Krimi. Es ist ein Krimi, aber es ist eben reale Politik, reale Machtpolitik. Und das ist das Beängstigende, weil es stellt sich die Frage, wohin führt das Ganze? Und ja, in Syrien also war die Situation die, dass der Westen irgendwann erkennen musste, Bashar al-Assad ist nicht zu stürzen. Und Bashar al-Assad ist nicht doof, ist nicht dumm. Er ist skrupellos, machiavellistisch, aber sehr brillant. Er hat erkannt, ich kann das ganze Land nicht zurückerobern. Ich konzentriere mich auf das Kernland. Also die alauitischen Siedlungsgebiete und die wirtschaftliche Lifeline, die Lebensader, ungefähr die Linie von der jordanischen Grenze über Damaskus bis nach Aleppo und den Streifen rüber dann zum Mittelmeer. Die ganzen Gebiete entlang der Grenze zur Türkei und dem Irak aber, hat er sich selbst überlassen. Hier entstand ein Machtvakuum und dieses Machtvakuum wurde gefüllt von verschiedenen islamistischen Milizen und dann dem islamischen Staat, der vom Irak aus nach Syrien aufgebrochen ist, dort großes Territorium erobert hatte, vor allem die Ölquellen um Derasor im Osten Syriens, eine Haupteinnahmequelle für den islamischen Staat und er wurde so mächtig und einflussreich dort, dass er dann im letzten Sommer den Durchmarsch gemacht hat in die sunnitischen Gebiete im Irak, die er noch nicht kontrolliert hat. Und da erst wachte man im Westen auf, oh ja, da gibt es ja eine Bewegung islamischer Staat, wo kommen die denn her? Ja, aber die waren schon die ganze Zeit da, man hat sie nur nicht so registriert und wahrgenommen, aber es gab sie und der islamische Staat ist, um es klar und deutlich zu sagen, made in USA. Er ist genauso made in USA oder made by USA, wie Al-Qaida von den Amerikanern im Grunde genommen erschaffen worden ist, weil man in den USA nicht versteht, dass militärische Interventionen in der Regel nicht das bewirken, was man sich von ihnen erhofft. In dem Moment, wo man Regime beseitigt, in dem Moment, wo man eingreift in die Innenpolitik bestimmter Staaten, indem man von außen versucht, eine Ordnung einzusetzen, die im Interesse westlicher Politik agiert, schafft man Chaos, Staatsverfall und Anarchie und das Ergebnis sind dann radikale islamistische Bewegungen wie der islamische Staat. In Libyen können wir sehen, wie der Sturz von Gaddafi zur Folge hatte, dass dessen Söldner, die vor allem aus Schwarzafrika gekommen sind, mit ihren Waffen Richtung Süden gezogen sind, auf der Suche nach neuen Bündnispartnern, auf der Suche nach Beute, das Ergebnis war, dass parallel zum Sturz oder kurz nach dem Sturz von Gaddafi, erstens Boko Haram 2012, einen enormen Boom erlebte in Nigeria und gleichzeitig der Krieg dann in Mali begann, wo Touareg-Rebellen gemeinsam mit Islamisten dann versucht haben, die Hauptstadt Bamako zu erobern. Die Franzosen haben also erst mit den Briten gemeinsam und den Amerikanern in Libyen interveniert, um Gaddafi zu beseitigen und mussten dann eine weitere Militärexpedition starten in Richtung Bamako, um die Rebellen von dort wieder Richtung Norden zurückzutreiben. Das nennt man neudeutsch, mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist genau die Politik der Bundesregierung auch, denn sie will, wie wir wissen, seit Bundespräsident Joachim Gauck dieses Wort geprägt hat, mehr Verantwortung übernehmen, als Ergebnis von gemeinsamen Think Tank-Sitzungen verschiedener Organisationen. Die Idee der Amerikaner ist, nicht mehr ihre Kriege weltweit alleine führen zu müssen, sondern sie zu delegieren an willige Bündnispartner, darunter eben auch die Europäer. Die Idee der Amerikaner ist, nicht mehr, wie wir wissen,